... als der Mercedes-Pilot. Team Nannini, dann Francia und Jörg van Ommen. Und einer der Privatiers, sicherlich das Team mit dem kleinsten Budget überhaupt, den erwischt es heftig, heftig. Armin Bernhard, der seinen 90er Mercedes-Benz hier auf den Kopf stellt. Total Schaden. Trotzdem war man wieder sehr optimistisch nach dem Rennen und sagt, für nächstes Jahr, vielleicht geht's weiter mit einem neuen Auto. Und weiter geht's.